Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich Willkommen beim Kryptomagazin. Mein Name ist Alexander Weibrecht und falls du den Kanal noch nicht gesehen hast, ich rede hier über Kryptowährung, Bitcoin und Blockchain-Technologie. Heute mein Video nach längerer Zeit, ich habe jetzt eine Weile kaum noch Videos gemacht, weil ich parallel noch eine Softwarefirma aufbaue, die sich im Schwerpunkt mit KI beschäftigt. Habe ich aber heute entschieden mal wieder ein Video zu machen, heute mit einem sehr ernsten Thema. Das Thema handelt davon, dass die Webseite Kryptomagazin mittlerweile so im Bereich 150.000 bis 250.000 Besucher im Monat ist und wir entsprechend eine gewisse Reichweite haben. Und aufgrund dieser Reichweite auch immer mehr Menschen das Thema Kryptowährung und Bitcoin auch eben über unsere Webseite finden und dann auch Menschen uns anrufen. Ich kriege sehr, sehr viele Anrufe in letzter Zeit immer mal wieder. Einen Anruf von Männern wie Frauen im höheren Alter, die mit Bitcoin abgezockt wurden. Und was meine ich damit? Die haben jetzt nicht Bitcoin gekauft und haben dann Kursverluste erlitten. Das wäre ja das kleinere Übel. Sondern es gibt einfach wahnsinnig viele Betrüger da draußen. Und eine Masche, über die möchte ich in diesem Video ein bisschen aufklären, weil ich in meinem Umfeld auch, ich habe kürzlich eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten. Da hat mir auch jemand wieder von so einer Situation erzählt. Und zwar passiert folgendes. Ältere Menschen werden gelockt mit der Idee, Kryptowährung zu kaufen oder Bit-Kryptowährung zu handeln. Und dann werden diese Menschen sozusagen inzentiviert, hier eben Geld einzuzahlen. Diese Leute werden mit 250 Euro in der Regel gelockt, also mit einer relativ überschaubaren Summe. Und hier geht es eigentlich erstmal nur darum, die Kaufhürde zu überwinden. Das heißt, psychologisch gesehen werden Menschen dazu gebracht, erstmal einen kleinen Teil zu investieren. In der Regel zu 250 Euro. Deshalb merken Sie sich diese Summe oder diese Zahl, weil das ist wichtig, wenn Ihnen nächstes Mal jemand anbietet, nur 250 Euro für ein Erstinvestment in irgendeine Krypto- oder Tradinginvestition. So, im nächsten Schritt passiert folgendes. Ihnen wird auf Ihrem Rechner, da wird eine Verbindung hergestellt, ein Metamask-Wallet installiert oder ein Kryptowallet installiert, zum Beispiel auch ein Exodus-Wallet. Es wird ein Wallet installiert und dann wird Ihnen gezeigt, dass da Kryptowährung drauf ist. Was diese Betrüger machen ist, sie erzeugen eine eigene Kryptowährung oder sie, in der Regel, das habe ich auch schon gesehen, war das dann so, die haben eine Kryptowährung erzeugt auf ERC20, also auf Ethereum-Blockchain, erzeugen die eine eigene Kryptowährung, die aber genauso heißt, wie zum Beispiel eine andere Kryptowährung. Zum Beispiel USDT. USDT ist ja ein sogenannter US-Dollar-Stablecoin, also eine Kryptowährung, die in US-Dollar gebackt ist oder gebackt sein sollte. Und was die machen, ist, sie erzeugen eine eigene Kryptowährung und erklären den Opfern, dass es sich hierbei um diese Kryptowährung USDT oder Bitcoin handelt. Und dann zeigen die denen wirkliche Zahlen auf ihrem Rechner. Das heißt, die sagen, schau mal, du hast jetzt 250 Euro investiert, daraus haben wir jetzt 1000 gemacht nach einer Woche. Und das wird ihnen dann auch wirklich auf dem Rechner angezeigt, auf ihrer Wallet. Das Problem ist nur, hierbei handelt es sich um eine wertlose Kryptowährung. Es handelt sich also nicht um einen echten Bitcoin oder um eine echte USDT, sondern es handelt sich um eine Fake-USDT oder einen gefälschten Token, vereinfacht gesprochen. Und was dann passiert wird, ist, die Leute sagen irgendwann, ja, ich würde das gern auszahlen. Dann sagen die, kein Problem. Überweis uns einfach 5% schon mal vorab, dann können wir das einrichten. Und dann passiert Folgendes, die Leute überweisen 5% und dann sozusagen gehen die her und sagen, ja, da gab es Probleme und da muss nochmal 10% nachgeschoben werden. Und da muss nochmal 10% nachgeschoben und mit dieser Geschichte werden Leute gelockt. Ich sage Ihnen, was sozusagen in meinen Geschichten passiert ist, die ich mitkriege. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Hunderttausende privates Geld, ihre gesamten Ersparnisse an diese Leute überwiesen haben, in der Hoffnung, irgendwann wieder an ihr Geld zu kommen. Und zwar ist es eine Falle. Es wird mit 250 Euro begonnen und dann wird mit 1.000 Euro weitergemacht, mit 2.000, mit 5.000, mit 10.000. Und irgendwann sind die Leute committed, das heißt, das ist dann der Survivorship Bias, nennt sich das, nachdem man mal 10.000, 15.000 investiert hat und dann sagt einem jemand, du hör zu, das müssen wir jetzt, du kriegst es nur wieder raus, wenn du nur mal 10.000 investierst, dann machen das oft Leute. In dem Fall möchte ich an dieser Stelle, in diesem Video eine kleine Aufklärung machen. Meine Empfehlung in einem solchen Fall ist, bitte, bitte, bitte direkt bei der Polizei melden und Anzeige erstatten und im besten Fall in Kontakt mit den Betrügern bleiben und der Polizei die Möglichkeit geben, sozusagen diese Sachen als Beweismittel aufzunehmen. Das heißt, eben weiter so tun, als ob man nur auf dieses Spiel eingeht. Natürlich kein Geld mehr überweisen, aber mit der Polizei ganz klar kommunizieren, was da passiert und im besten Fall die Polizei und Ermittler mit einschalten. Man hat zum Teil große Betrügerbanden schon erwischt, aber es gibt einfach immer wieder neue, die das weltweit in Callcentern machen und hier werden vor allem Rentner abgezockt. Das ist ein ganz mieser Trick. Es wird ganz sukzessive damit gespielt, mit einer Aufstockung der Rente oder mit einer Absicherung für die Enkel oder sonst was und hier wird dann sozusagen ein großer, großer Betrug abgezogen. Ein weiterer Tipp in dem Zusammenhang ist, damit es erstmal gar nicht passiert und ist mir sehr, sehr wichtig, weil diese Leute, die dann oft betroffen sind, sind technisch gar nicht affin, haben ganz schlechte Sicht, können es schwer lesen, verstehen ganz wenig auch von der Materie. Ich empfehle jedem, der im Rentenalter ist, im höheren Rentenalter und vielleicht Schwierigkeiten hat beim Lesen oder auch technisch mit dem Begriff nichts anfangen kann, auch nicht von einem Bekannten oder von am besten irgendwie jemand, den man aus dem Internet angesprochen hat, helfen zu lassen, sondern wirklich nur von der engsten Familie, der man vertraut, von den Kindern, wenn die da sind oder wie gesagt, sich an ganz ausgewiesene Experten, vielleicht sogar tatsächlich von der Bank wenden. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen perfide an, aber das ist so, Menschen, die ganz allein sind und die niemand haben, die müssen im Zweifel halt zum Bank beraten und der rät ihnen vielleicht berichtigerweise dann davon ab, eine komplexe Kryptowährung zu kaufen, vielleicht sogar über einen Betrug oder über einen unregulierten Anbieter. Es gibt regulierte Anbieter wie beispielsweise Bitpanda oder die Börse Stuttgart mit der Bison App. Hierbei muss man eben auch wissen, was man tut. Es ist ganz wichtig, dass es da eben keine Support-Hotline gibt. Wenn die Bitcoin einmal falsch übertragen wurden, dann sind sie weg. Das heißt auch da einfach, wenn es geht, Familienmitglieder oder eben entsprechend eine wirklich greifbare, seriöse Person quasi in diesen Prozess einbinden. Ich persönlich, und da bitte ich davon abzusehen, mache das nicht, ich darf das auch gar nicht und für mich wird natürlich immer wieder gefragt, können Sie sich dann auf meinen Rechner aufschalten, können Sie mir dann bitte helfen? Dann sage ich, leider kann ich das nicht und ich werde das auch nie tun, weil das Problem ist auch da, wenn da ein Fehler passiert, hafte ich ja und generell darf ich mit den Geldern anderen Leute nicht arbeiten. Deshalb, ich kann natürlich immer den Kontakt geben zur Polizei und kann natürlich empfehlen, hier den Betrug anzuzeigen. Ganz wichtig eben vorenformieren und eben nicht blindlings Geld investieren und auch ganz wichtig, nicht gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen, weil wenn das Geld schon mal überwiesen ist, ist es in der Regel sehr schwierig, das wiederzubekommen. Das heißt wirklich hier nicht einfach aus Verzweiflung noch mehr Geld hinterher überweisen. Das ist so meine Empfehlung an dieser Stelle und deshalb heute ein ernstes Thema. Ich habe leider in letzter Zeit wenig Videos gemacht. Ich will wieder häufiger Videos machen, auch so ein bisschen Mangels an Ideen. Ich habe einfach die letzten Jahre so viele Videos gemacht und so ein bisschen erzählt ist fast alles. Also wir haben über die Idee von Geld gesprochen, wir haben über das Geldsystem gesprochen, wir haben über Risiken gesprochen, wir haben über Chancen gesprochen und heute stehen wir bei 70.000, wobei jetzt sind wir bei 67.600. Ich habe seit Jahren predige ich, Bitcoin anzuschauen und als diversifizierte Anlagestrategie ins Portfolio mit sich anzuschauen. Es ist halt schwierig, man hat immer wieder diese Ups und Downs und man muss verstehen, dass es sich hierbei um eine langfristige Staaten-Hedging-Strategie handelt. Man muss sich überlegen, was passiert, wenn das Bankensystem kracht. Und das ist sozusagen der Hedge und man hat ein freies Geld, das erstmal einem selber gehört und das ist das Geld, das Internet ist. Und hierbei muss man auch sehen, auch spannender Argumentationspunkt in der Vergangenheit und auch heute, wenn man sieht, welche Geschäftsmodelle erfolgreich sind, dann waren das die, die die digitale Transformation geschafft haben. Das heißt, Facebook hat soziale Netzwerke digitalisiert und transformiert. Wir haben eine Kryptowährung wie Bitcoin, die jetzt das Geld digitalisiert und wir haben moderne Entwicklungen im Bereich der KI im Augenblick, wo wir ganz viele Dinge digitalisieren und auch vereinfachen im Bereich der Kunst. Und wie gesagt, da gibt es gerade diese transformierenden Modelle, die sind die spannenden an der Sache. Und deshalb das Thema zum Abschluss. Wenn ihr euch für Bitcoin interessiert, wenn sie sich für den Bitcoin interessieren, gerne auf kryptomagazin.de vorbeischauen und hier einfach mal auch im Forum mitschreiben, Fragen stellen, einfach austauschen in der Community, würde mich sehr freuen. Oder einfach im Telegram-Kanal vorbeischauen, bei uns einfach mitdiskutieren. Wir haben eine nette kleine Community, 500 Leute. Wer da irgendwas anbietet, wird sofort rausgeschmissen. Hier geht es darum, dass man sich austauscht. Und insofern wünsche ich einen schönen Tag und schreibt mal unter das Video eure Ideen und Kommentare und Wünsche für die nächsten Videos. Ich will wieder regelmäßig Videos machen, im besten Fall so einmal die Woche. Schreibt mir also, was ihr davon haltet. Würde mich sehr freuen. Liebe Grüße, euer Alex.